Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen VoiceOver auf dem Crash Academy Channel. Hier geht es jetzt um erste Animationen aus Squadron 42. Die sind alle schon etwas älter, die sie uns zeigen. Das heißt, sie sind jetzt schon deutlich weiter als das. Aber wir kriegen zumindest schon mal etwas zu sehen. Und als erstes geht es also um das, was schon einmal im Character Animations Video gezeigt wurde. Und zwar um Größenverhältnisse. Und das spiegelt sich hier in diesem Beispiel sehr, sehr gut wider. Denn wir haben hier also eine Figur an einem Tisch sitzen. Und jeder dieser Pfeile, die auf dem Boden ist, zeigt eine Art von der Figur, wie sie sich hinsetzen oder auch aufstehen kann. Das heißt, das ist ein Ankerpunkt, an die Figur herangesteuert werden kann. Und so gibt es eine jeweils unterschiedliche Animationen, je nachdem, von welcher Seite auch sich die Figur dem entsprechenden Ankerpunkt nähert. Das hier wurde mit Motion Capture aufgenommen und dann nochmal per Hand ein bisschen verfeinert und verändert, um eben auf verschiedene Größenverhältnisse dann angepasst zu werden. Das ist damit eine Basis-Animation, die sie jetzt, also vor allem für Squadron 42, aber nicht nur dafür, sondern auch für das Persistent Universe und auch für Spielercharaktere als eine Art Lego-Baustein verwenden. Von dem aus sie das dann nochmal einzeln modifizieren können. Das heißt, es ist völlig egal, ob das dann benutzt wird, damit sich ein Soldat in der Messe hinsetzen kann, an den großen Messetisch, oder der Käpt'n sich an seinen Schreibtisch setzt oder später andere Spieler auf der Brücke sich an einer Konsole. Im Grunde genommen wird die Animation immer ähnlich bleiben. Sie wird dann nur nochmal einzeln, entsprechend um die kleinen Ecken und Kanten erweitert oder angepasst. Allerdings ist es dafür eben wichtig, dass alle Gegenstände dort eben entsprechend normiert sind, damit sie zu den Animationen zumindest im Groben schon mal passen können. Ja, das findet wie gesagt auch schon auf die Spieleranwendung dann. Das heißt, bald ist es dann tatsächlich so, dass der Use-Button eine bestimmte Art von Animation auch auslöst. Das heißt, je nachdem, wie man sich an ein Objekt annähert, wird man dann eben entsprechend anders hingesetzt und diese Animation springt dann ein. Weiter geht es dann mit dem Benutzen von Objekten. Und hier haben sie uns etwas ganz Spannendes gezeigt, nämlich die Verwendung eines Data-Pads, also eines Tablets im Grunde genommen. Hier ist es ein sehr frühes Stadium, wie das wieder herangegangen wurde, nämlich tatsächlich den Finger zu zeigen, wie er auf das Display hier drückt und dementsprechend auch eine Funktion aktiviert. Hier geht es übrigens um eine Datenanimation aus Quadrant 42. Zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Mission wird man dort Daten herhochladen müssen. Und als kleines Beispiel geben sie uns dort an, wie sie so beginnen. Und das beginnt natürlich immer erst mal mit der Boot-Sequenz. Das heißt, das, was wir hier sehen, kommt als erstes der Microtech-Bildschirm. Da muss man schon schwunzeln, dass das Gerät natürlich erst hochfährt. Und dann kann man sich einloggen und vom Einloggen geht es dann weiter, dass die Daten eben entsprechend hochgefahren werden und transferiert werden. Jetzt aktuell befinden sie sich im Feinschliff dieser allen Animationen. Das heißt, auch Dinge wie Wegstecken oder das Kramen, Tasten drücken entsprechend sind hier gerade stark im Fokus, damit dort das alles wirklich fein und hochklassig aussieht. Ein tolles Beispiel wird jetzt am Ende noch gezeigt. Und hier geht es um die sogenannte Deck-Crew-Sequenz. Das heißt, eine Sequenz von Bewegungsabläufen, die ich persönlich zum Beispiel unter dem Namen Carrier Ballet, also Flugzeugträger Ballett, kenne. Hier geht es darum, dass die Crew, die Decks-Crew, den Piloten für den Start einweist und ihm die Startfreigabe gibt. Das zeigt er uns jetzt in zwei Perspektiven, nämlich einmal der Spieler-Ego-Perspektive und dann später noch einem anderen Kamerawinkel, wo wir das dann wirklich im Detail vorher vorweg animiert sehen. Übrigens, alle Dinge, die man hier jetzt sieht, alle Animationen sind interaktiv und dynamisch. Das heißt, sie können sich verändern, je nachdem, was passiert. Bei einer Explosion werfen die sich alle auf den Boden, die NPCs. Wenn du aus dem Cockpit aussteigst in dieser Sequenz, schreien sie dich an, dass du wieder reingehen sollst, denn es ist nicht sicher hier. Sie fallen hin, wenn das Schiff sich bewegt. All das ist inzwischen dynamisch gestaltet und kann sogar auf die entsprechenden Schiffsgrößen dann auch skaliert und angepasst werden. Das heißt, bei einem Bangle Carrier gibt es dann eben mehr Crew. Der zweite Kamerawinkel ist jetzt der wirklich spannende. Hier zeigt er also erstmal den Plane Director, hier vorne links, der jetzt nach vorne tritt aus dem Sicherheitsbereich und die Freigabe für den letzten Startprozess gibt. Daraufhin rennen die Grünhemden hier als Crew an die Maschine, kontrollieren nochmal das Fährwerk und alles, ob alles bereit ist. Jetzt holen sich die Freigaben ein und dann gibt der Plane Director nochmal ein Hold-Signal, dass alle sich jetzt aus dem Sicherheitsbereich fernhalten sollen und gibt dann den Ball an den Shooter weiter. Das heißt, ist der Staffelstab sozusagen weitergereicht. Der Shooter holt sich ein, dass das Jet Blast Shield aufgerichtet ist, sagt dem Piloten mit dem Handzeichen, dass er Schub geben soll, holt sich von der Crew den Final Check und gibt die Maschine dann für den Launch frei. Fand ich sehr spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin. See you on the Flight Deck. Sawyer out.